so damit herzlich willkommen zu den kalle news ich habe ganz ganz spannende nachrichten zurzeit und zwar von davids wohnung sitzen zwei penner mit einer pflanze und der eine versucht den anderen abzustechen mit so einem messer ach so ich habe noch vergessen zu erwähnen ist das schweine kalt hier so stehst du jetzt ab oder was machst du jetzt bis die kirche fertig ist es schon wieder um zwölf ist